Branchenbeben. Blue Origin landet erstmals New Glenn Booster. Nach Fensteres. Shenju Crew kehrt mit falscher Kapsel zurück. Neue Crew muss auf Ersatz warten. Alexander Gerst schickt neues Orion-Versorgungsmodul auf die Reise. Isar Aerospace liefert zweite Spektrum-Rakete ans Pad. Rocket Lab verschiebt Neutron-Start auf 2026. Und in Bremen startet mit der Space Tech Expo die größte Raumfahrtmesse Europas. Das und noch mehr mit deinen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht. Startet dein Space Update auf Deutsch. Es ist geschafft. Mit dem zweiten Start der New Glenn-Rakete hat Blue Origin eine Jahrzehntentwicklungszeit, Rückschläge und Zweifel hinter sich gelassen und sich in den exklusiven Club der Raumfahrtanbieter mit wiederverwendbaren Raketen katapultiert. Die Wiederlandung des Boosters ist ein Meilenstein, der im Lifetime fast greifbar gefeiert wurde und dessen Bedeutung weit über das Einzelereignis hinausgeht. Der Start verlief dabei für eine doch noch nicht ganz so alte Rakete. Eher typisch mehrere Hold-Phasen, angepasste Countdown-Zeiten, Anpassungen. Doch dann der Moment mit sichtbarem Schub aus den sieben Methan-Sauerstoff-gefeuerten BI-Vortriebwerken. Aber vergleichsweise gemächlich hob die 96 Meter hohe Rakete vom PET ab. Im Vergleich zur Falcon 1, Starship oder Ariane 6 war der Aufstieg deutlich langsamer. Auch die Abschaltung des Erststufenantriebs Miko dann verhältnismäßig spät. Aber wunderschön vom Boden aus eingefangen. Ein kritischer Moment bei allen Raketenstarts. Das ist Good Stage Separation. Die Stufentrennung klappte und auch die Zündung der beiden Wasserstoff- und Sauerstoff-befeuerten BE-3U-Triebwerke der Oberstufe. Doch das eigentliche Highlight folgte im Sinkflug. Der Booster mit dem Namen Never Tell Me The Odds, Anspielung an Star Wars, trat sichtbar in die dichte Atmosphäre ein, begleitet von einem Re-Entry-Burn mit drei Triebwerken. Beeindruckend war dabei, wie deutlich die Schubstrahlen die Luftschichten vor dem Booster wegschoben, was zu einer schnellen Reduktion der Geschwindigkeit führte. Ab etwa 10 Kilometer Höhe, da glitt die Rakete stabil durch die Atmosphäre. Ein entscheidender Abschnitt vor der finalen Landung. Beim finalen Landing-Burn, da zündeten erneut drei Triebwerke. Zwei wurden wie geplant dann während des Manövers abgeschaltet. Die finale Phase, die absolvierte der Booster dann mit einem einzelnen B4-Triebwerk und ganz im Stile von New Shepard mit einem seitlichen Powerslide zur Kurskorrektur. Der Anflug so weit weg vom Schiff, vermutlich planmäßig bei einer harten Landung. Und da will man ja nicht gleich das Schiff versenken. Bestimmt ist da noch viel Potenzial für eine finale Landung, bei der man dann nicht so viel Treibstoff verbraucht. Die Landung selbst punktgenau, stabil, sauber und begleitet von kleinen Verpuffungen an den Landebeinen. Das sogenannte energetische Schweißen. Eine Technologie, die den Booster mit der Plattform Jacqueline verschweißt, um ihn sicher zu fixieren. Mit diesem Start ist klar, Blue Origin kann es auch. Die Schwerlastrakete New Glenn kann die erste Stufe landen. Der wichtigste Schritt auf dem Weg der Wiederverwendung. Und auch die Oberstufe, die überzeugte. Zwei präzise ausgeführte Brennphasen brachten die Rakete auf den vorgesehenen Transferorbit. An Bord die erste echte orbitale Nutzlast für Blue Origin. Zwei NASA-Satelliten der Escapade-Mission, genannt Blue und Gold. Auch wenn ihre Trennung nicht gut im Livestream zu sehen war, wurde die erfolgreiche Absetzung bestätigt und damit ist die erste Mars-Mission mit New Glenn offiziell auf dem Weg. Für Blue Origin bedeutet dieser Flug mehr als nur eine technische Demonstration. Es ist der Moment, in dem sich das Unternehmen von einem New Space-Versprechen in einen etablierten Player des orbitalen Schwerlastmarkts verwandelt. Die New Glenn kann ja 45 Tonnen in den Leo befördern, zumindest ist das die Zielmarke. Die Kombination aus wiederverwendbarem Booster, leistungsstarker Oberstufe und erfolgreicher Nutzlastaufsetzung, die eröffnet Perspektiven für kommerzielle Kunden, für wissenschaftliche Missionen und nicht zuletzt auch für die NASA, die auf Anbieter wie Blue Origin ja angewiesen ist, um den Übergang zu kommerziellen Raumstationen und neuen Explorationszielen zu gestalten. Dass Blue Origin nun zehn Jahre nach SpaceX als zweites Unternehmen seinen orbitalen Booster erfolgreich landen konnte, ist nicht nur ein Ritterschlag, es ist ein Startschuss, denn mit dem Erfolg wird klar, der Wettlauf um das neue Raumfahrtzeitalter, der hat einen weiteren ernstzunehmenden Mitstreiter und der steht ab sofort nicht mehr daneben, sondern auf der Startrampe, bereit für mehr. Glückwünsche kamen übrigens auch von SpaceX-Chef Elon Musk. Da SpaceX wegen mangelnder Konkurrenz ja nie wirklich dazu gezwungen war, mit den Preisen runterzugehen, wird uns jetzt mit New Glenn vermutlich ein erbarmungsloser Preiskrieg der Startanbieter erwarten. Für alle, die Raumfahrt betreiben wollen, kann das eigentlich nur eine gute Nachricht sein. Mit dem erfolgreichen zweiten Start der New Glenn, da hat Blue Origin nicht nur einen technischen Meilenstein erreicht, auch die NASA profitiert. An Bord der Schwerlastrakete befand sich Escapade, eine günstige Doppelmission zum Mars. Die baugleichen Sonden Blue und Gold, die fliegen dabei jetzt nicht direkt zum roten Planeten zum Mars, sondern parken zunächst in einem exotischen Orbit jenseits des Mondes. Dieser gravitationsstabile Wartebereich, der erlaubt es, den Start ins reguläre Marsfenster dann nachzuholen. Wegen dem verzögerten Erststart der New Glenn Anfang des Jahres, da wurde das Transferfenster Ende 2024 verpasst. Erst im November 2026, dann zünden die kleinen, bei Rocket Lab gebauten Sonden von Escapade erneut ihre Triebwerke, um sich dann mit einem Schwerkraftkick an der Erde in Richtung Mars zu katapultieren. Bei Blue läuft's gerade. Blue Origin hat der NASA jetzt neue Vorschläge unterbreitet, um die Mondlandung mit Crew schneller zu ermöglichen. No pressure, SpaceX. Ja, CEO Dave Limp, der erklärte gegenüber der Ars Technica, man wolle Himmel und Erde in Bewegung setzen, um den Artemis-Zeitplan zu beschleunigen. Hochpolitisches Thema in den USA. Sollte es bei der aktuellen Geschwindigkeit bleiben, da könnte China die USA beim nächsten Mondbesuch überholen. Blue Origin schlug jetzt ein beschleunigtes Konzept vor. Neben mehrerer Visionen des MK1-Frachtländers soll ein modifizierter Länder MK1-5 schneller verfügbar sein. Auch wenn Details geheim bleiben, betont Limp die strategische Balance, kurzfristige Flexibilität, langfristig ein nachhaltiges System für Siedlung und Versorgung auf dem Mond. Der Ball liegt jetzt bei der NASA. Apropos NASA, Mond und Artemis. Das vierte europäische Servicemodul ESM-4, der Orion-Raumkapsel, ist fertig. In wenigen Tagen wird das in Bremen gefertigte Versorgungsmodul zur NASA in die USA verschifft. ESA-Astronaut Alexander Gerst, der verabschiedete sich persönlich bei Airbus Defence Space in Bremen von der Hardware. Das ESM stellt ja als europäisches Rückgrat des Orion-Raumschiffs unter anderem Antrieb, Stromversorgung, Temperaturregelung sowie Wasser und Sauerstoff bereit. Essentielle Lebensgrundlagen für die geplante Reise zum Mond. Mit Menschen dann. Der nächste große Test für ESM ist dann aber erst der Flug mit Crew. Artemis 2 ist aktuell für Frühjahr 2026 angekündigt. Bereit für die Spacetech-Expo in Bremen diese Woche? Ich bin wieder vor Ort und ihr könnt live dabei sein. Europas größte Raumfahrtmesse öffnet ihre Toren. Und wie jedes Jahr bin ich mittendrin statt nur dabei. In Halle 4, direkt am Ansis-Stand E01, habe ich mein eigenes kleines Studio aufgebaut. Und dort erwarten euch spannende Interviews mit echten Schwergewichten der Branche. Airbus, Ariane Group, BDI, BDLI. Das Raumfahrtlagezentrum der Bundeswehr, Exo Launch, High Impulse, RFA und viele, viele mehr. Das Beste, der Eintritt zur Spacetech-Expo in Bremen ist kostenlos. Und ihr könnt bei den Interviews dann live zuschauen. Ihr habt Lust auf einen persönlichen Austausch? Dann merkt euch Dienstag und Mittwoch jeweils von 11 bis 12 Uhr. Da gibt es ein kleines Senkrechtstarter Meet & Greet direkt am Ansis-Stand. Einfach vorbeikommen, Hallo sagen und quatschen. Und für alle, die sich für die Zukunft der Raumfahrt begeistern, am 19. November um 13 Uhr im Technology Forum, da gibt es einen Vortrag Engineering the Future of Space, Digital Mission Engineering, MBSE and the AI Revolution, präsentiert von Ansis. Alle weiteren Infos zur Spacetech-Expo findet ihr wie immer unter dem Video. Wir sehen uns in Halle 4, Stand E01. Ich freue mich auf euch. Chinas Xinjou 20Q ist sicher zur Erde zurückgekehrt, allerdings nicht mit dem Raumschiff, mit dem es ursprünglich gestartet war. Ich hatte letzte Woche schon über den Notfall auf der chinesischen Tiangong-Raumstation berichtet. Da waren Details aber noch dünn. Jetzt wissen wir mehr. Grund für den ungewöhnlichen Schritt ist ein feiner Riss in einem der Sichtfenster der Raumkapsel, vermutlich verursacht durch Mikrometeoriten oder Weltraumschrott. Der ursprünglich für den 5. November geplante Abflug von der Tiangong-Raumstation wurde deshalb verschoben. Die drei Astronauten und Missionskommandanten Chen Dong verließen die Station dann schließlich am 14. November. So nutzten dafür aber nicht ihr eigenes Raumschiff, Xinjou 20, also das mit den Rissen im Fenster, sondern die erst kurz zuvor angedockte Xinjou 21-Kapsel. Die beschädigte Kapsel, die verbleibt im Orbit, um weiterhin als Experimentalplattform zu dienen. Die sichere Landung der Xinjou 20-Crew, die erfolgte dann auf dem Dongfeng-Landeplatz in der inneren Mongolei. Die Crew war etwa ein halbes Jahr auf der Station gewesen. Die aktuelle neue Crew, die mit dem Xinjou 21-Raumschiff angereist war, die wird mit dem noch zu startenden Xinjou 22-Raumschiff dann zur Erde zurückkehren, welches dann sehr wahrscheinlich ohne Menschen an Bord starten wird. Nach Russland, den USA und China startet sehr bald die nächste Nation mit eigenen Raketen- und Raumschiffen Menschen ins All. Europa, no pressure. Indiens Gaganya-Programm hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Am 3. November wurde in Uttar Pradesh ein Schlüsseltest der Hauptfallschirme erfolgreich absolviert. Obwohl Fallschirme ja als etablierte Technologie galten, sind bei SpaceX und Boeing im Commercial Crew-Programm der NASA erhebliche Probleme mit Fallschirmen aufgetreten. Jetzt in Indien getestet wurde ein realistisches Extremszenario mit verzögerter Öffnung eines der später drei Hauptfallschirme. Die Test-Nutzlast wurde aus zweieinhalb Kilometern Höhe von einem Ilyushin 76 Flugzeug der Luftwaffe abgeworfen. Die Fallschirme, die entfalteten sich planmäßig auch bei asymmetrischer Belastung. Der stabile Sinkflug und die weiche Landung bestätigten laut ISRO die Tauglichkeit für Crewmissionen. Das wiederverwendbare Raumflugzeug Dream Chaser von Sierra Space hat am Kennedy Space Center eine Reihe entscheidender Tests erfolgreich abgeschlossen und nähert sich seinem ersten Flug. Das Raumflugzeug absolvierte unter anderem High-Speed-Schleppversuche mit einem LKW, um das autonome Landeverhalten zu simulieren. Auch die Echtzeitkommunikation mit der Missionskontrolle über das NASA-eigene Netz verlief erfolgreich. Den Abschluss bildete ein vollständiger Bergungsablauf nach simuliertem Flug. Als nächstes folgt ein akustischer Test im Dezember, bevor dann in Colorado nationale Sicherheitsanwendungen integriert werden. Der erste Einsatz im Orbit ist dann für Ende 2026 unter dem CRS-2-Vertrag geplant. Sieben Monate nach dem spektakulären Teststart ihrer ersten Spektrum-Rakete kehrt ISRO Aerospace an den norwegischen Startplatz zurück. Die Haupt- und Oberstufe für den zweiten Flug wurden offiziell am Andoya Spaceport angeliefert. Beim Erstflug am 30. März hatte unter anderem eine fehlerhafte Ventilsteuerung dazu geführt, dass die Rakete abgestürzt und schließlich explodiert ist. Nach der Auswertung versprach das Unternehmen schnelle Korrekturen. Jetzt also vor dem zweiten Test beginnen jetzt erstmal die Pre-Flight-Tests der Rakete. Ein Starttermin wurde noch nicht genannt, doch Straßensperrungen in der Region deuten auf Aktivitäten bis in den Dezember hin. Es gibt ja einige von euch, die gerne beim ISAR-Start dabei wären und im Kopf schon die Reise nach Norwegen planen. Apropos Reisen, die neue Impulsfabrik-Folge erklärt, wie nah wir dran sind, in ein Hotel im All einzuchecken und andere abgefahrene Reiseideen fürs nächste Jahr. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Nach dem ersten Phoenix 1-Testflug mit auflastbarem Hitzeschild im April 2025 an Bord einer SpaceX Falcon 1 plant das Raumfahrt-Startup Atmos Space Cargo aus Baden-Württemberg einen weiteren wichtigen Meilenstein. Gemeinsam mit dem französischen Startup Hyperspace hat Atmos eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 2026 eine Suborbitalmission mit der Baguette-Rakete zu starten. Ziel, zentrale Komponenten der Phoenix 2-Kapsel testen, darunter ein eigenes Antriebssystem für gezielte Rückkehrmanöver. Anders als beim Air-Flug kann Atmos so den Wiedereintritt aktiv kontrollieren. Keine Baguette-Rakete, aber andere Rakete sind letzte Woche gestartet. Am Montag, 10. November, da brachte China mit einer langen Marsch 12 neue Gruppe der Internet-Satelliten des SatNet-Projekts von Wingcheng aus in den Orbit. Ebenfalls am Montag, 10. November, da startete Galactic Energy eine Series 1-Rakete vom Raumfahrtzentrum Jingquan an Bord kommerzielle Erdbeobachtungssatelliten für das Yilin-1-System. Am Dienstag, 11. November, da wurde von Cape Canaveral erneut eine Falcon 9 mit Starlings gestartet. Ja, und das Wochenhighlight natürlich Donnerstag, 13. November, da hob die New Glenn von Blue Origin zum zweiten Mal ab und der Booster landete das erste Mal erfolgreich. Dabei war die NASA-Mission Escapade, die soll zwei Raumsonden in die Mars-Umlaufbahn bringen, die dann da die Mars-Magnetosphäre untersuchen. Am Freitag, den 14. November, da folgte von Cape Canaveral eine Atlas 5 mit dem Kommunikations-Satelliten Viasat 3 F2. Die besonders leistungsfähige Konfiguration der Atlas 5 mit fünf Boostern, die war seit Monaten angekündigt. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte ein Starlink-Doppelstart von der Space Coast erfolgt sein. Angekündigt sogar zeitgleich. Ob dem so war, das schauen wir uns dann nächste Woche an. Ein ungewöhnliches Himmelsschauspiel sorgte kürzlich für ungläubiges Staunen über der Space Coast in den USA. Dutzende glühende Objekte zogen ab 13. November über den klaren Abendhimmel. Beobachtet und fotografiert unter anderem in Merritt Island National Wildlife Refugee bei Titusville. Zu sehen war der unkontrollierte Wiedereintritt der Oberstufe einer chinesischen Langermarsch 3b. Die Stufe war Teil der Mission, die im Dezember 2019 zwei Baidu-Navigations-Satelliten in Orbit brachte. Raumfahrtexperte Jonathan McDowell bestätigte den Ursprung des Objekts auf X und datierte den Reentry auf 11.20 Uhr UTC über der Region Cape Canaveral. Eine offizielle Warnung vor dem Wiedereintritt, die gab es offenbar nicht. Auch über mögliche Trümmerfunde am Boden ist bislang nichts bekannt. Das Ereignis unterstreicht einmal mehr die wachsende Problematik unkontrollierter Re-Entries im Zeitalter ja zunehmender Raumfahrtaktivitäten. Den Re-Entry der R-Stufe samt Nutzlastverkleidung will Rocklab demnächst kontrolliert für die Wiederverwendung nutzen. Das war schon erwartet worden, jetzt ist es offiziell. Rocklab verschiebt den Erstflug seiner neuen Neutron-Rakete auf frühestens Sommer 2026. Das gab CEO Peter Beck bei der jüngsten Quartalskonferenz bekannt. Der mittlere Träger, der bis zu 13 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn transportieren soll, wird damit nicht mehr wie zunächst angekündigt 2025 starten. Stattdessen beginnt jetzt erst einmal am Launch Complex 2 in Virginia die Integration. Das ist für Quartal 1 in 2026 geplant. Für Beck ist klar, der erste Flug wird einen reinen Demonstrationsflug ohne Kundennutzlast, bei dem noch kein Versuch zur Rückholung der R-Stufe unternommen wird. Auch ganz spannend, wie viel bisher in die Entwicklungen geflossen sind. Rocklab beziffert die Kosten auf bisher 360 Millionen Dollar. Zum Vergleich, die Ariane 6 hat mehr als zehnmal so viel gekostet. Am russischen Vostoczny Kosmodrom gehen die Lichter aus. Der regionale Stromversorger hat den Baustellen des Startplatzes den Saft abgedreht, weil der Hauptauftragnehmer PSO Kazan über 600.000 Dollar Schulden angehäuft hat. Die Bauarbeiten an den neuen Startrampen stehen still. Der Stromausfall betrifft laut Betreiber aber nicht die zwei bereits aktiven Pads. Dass bei Senkrechtstarter nicht die Lichter ausgehen, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für Ihren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen Dank. Lasst uns doch schnell auf die Startzeit kommende Woche schauen. Am Montag, 17. November, da startet von der Veneberg Space Force Base in Kalifornien eine Falcon 9 mit dem ESA-Satelliten Sentinel-6B. Die Mission ergänzt Sentinel-6A zur hochpräzisen Ozean-Höhenmessung für Umwelt- und Klimabeobachtung. Am Mittwoch, 9. November, da startet SpaceX eine weitere Falcon 9 von Cape Canaveral mit Starlings. Ebenfalls am Mittwoch ist in China der Startener Langmarsch 8A von Wenzhen geplant. Benutzt das, die ist mir bisher nicht bekannt. Am selben Tag startet SpaceX eine Transporter-15-Mission von Veneberg, die wurde verschoben. Dabei handelt es sich um eine der Mitfluggelegenheiten für Kleinst-Athleten auf der Falcon 9. Am Donnerstag, den 20. November, da sind gleich zwei Starlink-Starts geplant, eine Falcon 9 von Veneberg sowie eine weitere vom Kennedy Space Center in Florida. Und am Samstag, den 22. November, da soll vom brasilianischen Alcantara Launch Center die Hanbit-Nano-Hybrid-Rakete des südkoreanischen Unternehmens InnoSpace starten. Das könnte der erste Orbitalstart von Brasilien aus werden. Hier noch einmal der Hinweis, ich bin nächste Woche Dienstag, 18. und 19. November für ANSIS auf der Space Tech Expo in Bremen. Alle weiteren Infos zur Space Tech Expo, die findet ihr wie immer unter dem Video. Wir sehen uns in Halle 4, Stand E01. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ihr an den Like nicht vergessen, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sicherlich bleiben, dein Mau.